Warum wird jetzt immer noch nicht angezeigt, dass ich 50 folge, äh ne, angezeigt wird schon, aber bei meiner Kanalübersicht wird es jetzt nicht angezeigt. Ja, da musst du warten, das dauert wirklich lange, da bin ich auch fast verzweifelt. Ach so, alles gut. Einfach warten, das kann auch erst morgen kommen. Ja, weil die letzten kommst dann gleich. Ja, je nach wie je. So, alles klar, ich... du den Stream nochmal anschalten. Hey Michaelis, welcome back. Cool, bist du wieder zurück. So. 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 So.